Mal gucken, was hier drin jetzt ist. Ich habe keine Ahnung. Ach du Scheiße. Muss man was tun? Oh Gott, das wird immer schlimmer. Willkommen Pilger. Mein Name ist Yowaka Iruta. Im Namen der Kategorie soll sie geprüft werden. Ich wurde doch schon 120 Mal geprüft. Fingerspitzengefühl. Nicht, dass ich neue Schreine nicht cool finden würde, aber muss ich hier mit dem Fitzel-Leben rumrennen? Alter. Guck dir den Scheiß an. Ich kotze. Okay. Ich habe einen Plan. Wenn ich das überlebe und da hinkomme, heißt das. Natürlich. Nochmal für Behinderte. Also gut, da hinten liegt eine Schüssel. Die Schüssel. So. Scheiße. Jetzt kommt sie auch wieder. Egal. Mit der Schüssel kann ich den Ball auffangen. Wahrscheinlich. So. Oh shit. Oh. Jetzt hätte ich fast die Truhe gehabt. Ah, die spawnt auch neu. Okay. Okay. Komm. Komm zu Daddy. Gott. So. Ah. 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 und da sie ist mir runtergefallen obwohl ich sie schon hatte ist ja eh nur unfug drin aber kann ich weiter oder ach so ich kann nicht weiter muss also näher herangehen so jetzt kommen wir mal rüber genau so noch mal eins die habe ich gerade aufgebraucht das passt also ich habe einen riesenball ok ein winzball den winzball brauche oben macht ja richtig spaß hier damit kann die perspektive hier so schlecht einschätzen perfekt das ist aber nur in anführungszeichen eine truhe das muss noch nichts heißen florentin noch ein bisschen bogen wird mich verarschen vielleicht auch hier noch ein kreppbogen am start der ist bald im arsch der hat nur 20 und auch sonst nicht ach dass der falkenbogen ja gut der hier kann trotzdem weg dass wir bald im arsch so extra für dich heute habe ich die kamera gemacht wird um ein hübsches gesicht ansehen kannst beziehungsweise eigentlich weil du dich letztes mal beschwert hast aber so wo kommt denn der scheiß ding da komm zu daddy komm zu daddy ja genau jetzt oh okay ich wollte gerade sagen jetzt kommt der schwere teil aber da war es schon vorbei so einmal geschwungen weg ist das ding scheiße okay das funktioniert wohl so nicht 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 zur seite schwingen nicht zur seite schwingen so nach unten und drehen und jetzt kommt nicht der schwierige teil muss ich das ding da wieder hoch bringen okay so wie kippe ich dich jetzt aus so ich hätte wahrscheinlich nicht mal mit der schüssel hoch bringen müssen ich hätte es auch einfach so tragen können aber scheiß egal wenn schon cool dann richtig cool so was ach so jetzt verstehe ich das jetzt krieg tatsächlich ein herz mehr okay okay so 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 so